Es war einmal ein schönes Land. Die Sonne ging gerade auf und Kulibär, die Eule, es schlüpfte aus ihrem Nest. Sie traf ihren besten Freund Peter den Otter. Peter! Hi! Die beiden waren schon Freunde, seit sie sich kennengelernt hatten. Und der Otter war eigentlich ein netter Mensch. Äh, nein, er war der Otter, aber, äh, und doch heute beleidigte er die Eule. Ich soll sie mit den Fingern beklühen. Nein, warum? Und das ohne Grund. Du hast nur zwei Finger. Nachdem er den Lobigfehler aufmerksam gemacht hat, schlug sie ihn gegen eine Wand. Und er kam wieder. Und sie schlug ihn. Und er kam wieder. Und sie schlug ihn. Und er kam wieder. Und sie schlug ihn. Und sie schlug ihn. Und sie schlug ihn. Und sie schlug ihn. Und er, doch die Eule, doch die Eule siegte. Yeah. Doch plötzlich. Wie aus dem Nichts. Komm er wieder! Und die Eule sah einen roten Laserpeuterpunkt, den sie hinterher hetzen musste. Die wurde geblendet. Und starb. Ich hab noch... 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 Die liebsten sie was da hin, eine Prügelei. Und plötzlich kam ein Meteor. Die Spieche... Und er kam wieder. Und dann kam ein Bär Er hieß Barry Und er schlittelt aus seinem Bauch zu ihr hin Und weil die Eule heute leicht aufgedreht Denn sie schlug auch ihn wieder Selbst als ihr bester Freund Denn als ihr bester Freund Harold die Maus ankam Macht sie hatte keine Karte Ich hatte sie keine Karte Doch plötzlich 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 Na ja, ähm Plötzlich kam wieder der M-E-Tür! Oh Gott! Und dann kam ein Hund! Der Hund sprach mit dir heute! Schon wieder! Hallo! Oh Gott! Wie geht es dir? Können Sie aufhören, mich dann als Frise rauszuziehen? Wuh? Okay! Ich bin Vini der Puber! Ich bin cool! Du nicht! Und dann kam Vini der Puber! 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 Der konnte die Eune stopfen! Nicht stopfen, sondern stopfen! Und plötzlich kam aus dem Nicht! Einer Korn! mit der dritte Eintracht und ich muss in die Lübe weg und wer hatte wohl einen Felder ausgelöst, der mit einmal reutete eine große Kugel an Ah, an meiner Sicht! Es reutete auch an meiner Sicht! nochmal die Zeitlupenform nochmal die Zeitlupenform ein Punkt! plötzlich kam mein Disco-Light auf plötzlich kam Disco-Light auf Disco-Light und wieder gab es einen heftigen Kampf auf Leben und Fuß das tut mir nicht weh! Ich bin dickkant! ich bin dickkant! so nah schock! so kein Strom mehr! und der brüllt sie dann! 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 und es kam mit einmal ein Wolfball an der Brüllt! der wiederum nicht traut! und die Geisten will reutel und reutel und reutel und reutel und reutel und blöcke! Lammlitzel ein kaputter Fluch, Lauria, ohne Füße! das wollte ich auch hin! das heißt Peggy! ähm, und ein Maskenbuch! Er schlug jemanden! äh, ähm, ja! wie oder? nein! das Maskenbuch ging wieder weg! ähm, mit dem Motivieren! ach, du wolle! ich... naja, ähm... währenddessen... ähm... trafen zwei Wuppe auf! eine... zwei und eine... vier! wenn ich eine 6 Wuppe krieg ich einen Halt! ähm! fünf! immerhin passt! zwei! drei! zwei! eins! fünf! eins! fünf! wenchen 6 Wuppe geht weiter! drei! vier! fünf! zwei! sechs! und... ähm, ja! dann kam ein gelbes Auto! dann kam ein gelbes Auto! und... ich war ein gelbes Auto! ich war ein gelbes Auto! ich war ein gelbes Auto! und kam wieder und es kommt wieder und wieder der Ex-Mai Scheiß Bies und es kommt auf einmal den ersten Mal und die Moll traf es Brutal, leider wird die Eule getötet und die ganzen Wesen die von ihm getötet wurden er wacht wieder zum Leben nie, nein, nein, nein ich bin Ende Ende Ende